Na nun, was ist denn hier los? Die Gebäude sehen da so anders aus. Und diese riesen Schiffsarmader da hinten. Und da schon Steine. Und ein Kraftwerk. Das ist dann nicht unser Groß-Voviristan, oder? Ja, ja, da staunen wir, wie sich das hier alles verändert hat. In der kurzen Zeit, seit gestern. Ich will euch mal aufklären. Der Wovi, der hat sich nämlich gedacht, Mensch, die Insel, auf der ich da meine erste Diktatur errichten wollte, die war mir ein bisschen zu öde. Alles zu flach, alles zu vorhersehbar, nicht abwechslungsreich. Ich muss mich nochmal verändern auf meine alten Tage. Und da hat er das einfach gemacht. Hat Sack und Pack, wie man so schön sagt, gepackt. Klingt erstmal komisch, ist aber so. Und hat sich hier auf diese neue Insel mit ganz vielen Bergen und Felsen und, ich glaube, auch viel mehr Dschungel. Sieht auch helllich aus, guck mal hier. Hört ihr das? Das Zwitschern. Schön, ne? Hat er sich, ja, ist er quasi nochmal vom Auswandern ausgewandert. Und hat sich hier niedergelassen und hat im Windeseile mit seinen 300 Sklaven, äh, Bewohnern, ähm, diese blühende neue Handelsmetropole errichtet. Handelsmetropole deswegen, weil schaut euch da hinten das mal an. Da sehen wir, Moment, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Und das Zwölfte geistert hier auch irgendwo rum. Quasi ein Geisterschiff. Hahaha. Äh, ja. Zwölf Handelsschiffe gibt es jetzt für eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Hefen, Hafenanlagen. Es ist jetzt eine richtige Hafenmetropole. Und, äh, wir sind im Zeitalter Weltkrieg. Haben quasi schon die wilde Zeit, die Unabhängigkeit, äh, hinter uns gelassen. Sind im Zeitalter Weltkrieg und haben hier nochmal alles irgendwie komplett neu aufgebaut. Äh, Vorteil neben diesen neuen, schöneren Insel, ja, Gegebenheiten, sage ich mal so. Also es ist viel abwechslungsreicher, wie gesagt. Ähm, die Stadt wurde gleich noch ein bisschen, ähm, städtischer, organischer aufgebaut. Nicht so systematisch, nicht so kastenmäßig nach Gebieten. Es ist jetzt klarer, äh, alles strukturiert. Hier haben wir das Zentrum, äh, mit den Highlights, wie Opernhaus. Ja, den, äh, Semper habe ich aufgenommen übrigens. Und hier Bibliothek und hier Botschaften von den Achsenmächten und den Alliierten. Und hier bauen wir gerade das Zollamt und hier ist noch eine Milärbasis. Äh, ja, das ist alles so ein bisschen im Zentrum. Hier vorne haben wir alles mit Hafenanlagen zugepflastert. Wir haben endlich ein Fischereihafen. Das, wovon wir im letzten Großburgiristan geträumt haben. Und hier das Industrieviertel mit Textilfabrik, mit Zigarrenfabrik, mit Stahlwerk, was nichts produziert. Faules Pack. Äh, was haben wir noch? Hier haben wir eine Rum-Distillerie. Äh, die ist schon aufgerüstet. Und hier haben wir endlich ein Kraftwerk. Und dazu hier hinten ganz viel Farmanlagen. Und, man höre und staune, Bergwerke. Guckt euch das mal an. Bergwerke, irre, oder? Eins für Bauxit. Eins für Kohle. Und hier war, glaube ich, noch eins. Genau, hier. Nochmal Kohle. Wir sind der führende Kohleproduzent hier in der Karibik inzwischen. Ähm, ja, das ist alles viel besser angeordnet, wie gesagt. Das macht jetzt auch mehr den Eindruck einer großen Hafenmetropole. Worauf hier auch geachtet wurde, ist, äh, Bildung mit Ü. Eine Bibliothek ist da. Eine Universität ist da. Äh, das ist eine Bank. Und hier haben wir ein bisschen was für die Religion getan. Sieht natürlich auch toll aus, immer wieder, ne? So eine Kirche. Die fehlt dann. Und hier entsteht, wie gesagt, äh, gerade das Zollamt. Bringt dann auch noch einiges am Boni. Ihr seht, hier wurde richtig viel gemacht. Ach, die Highschool ist auch noch hier zum Thema Bildung. Also, das ist ein schlaues Völkchen. Inzwischen 528 an der Zahl. Zufriedenheit ist relativ hoch. Einkommen kommt auch immer ganz gut rein. Obwohl die Nebenkosten, ne? Die Nebenkosten, ich sag's euch immer wieder, die Nebenkosten, die fressen uns auf. Das ist einfach irre. Was ich hier machen möchte, beziehungsweise der Wovi. Achso, da, dazu muss ich auch noch was zeigen. Moment. Hier. Der Roche Wobereit. Der ist jetzt verheiratet. Und der Mann hat seinen Familiennamen angenommen. Der Brady Wobereit. Respektieren Sie meine Autorität. Hat natürlich dann irgendwo auch den gleichen Dialekt wie der Roche. Und, äh, die Liebe ist so groß, habe ich festgestellt, dass die beiden sich sogar ein Schweizer Nummernkonto teilen. Guckt mal. Ärgern Sie jemand anderen. Jeder. Ja. Gut, trotz Liebe immer noch schlecht gelaunt. Und, äh, ich glaub auf dem Weg ein ganz, ja, typischer Diktator zu werden. Der Roche. Und jetzt, wie gesagt, mit Verstärkung. Der Lebenspartner vom Roche ist, äh, General. Der ist hier auch irgendwo angestellt. In einer dieser vielen Kasernen. Hier. Das müsste er sein, genau. Brady Wobereit steigert die Effizienz der Militärgebäude um 10. Also um 10 geht das da erst los. Neu-Groß-Boviristan, also NGW, quasi, so für Insider, hat den, äh, ja, weiteren Vorteil, dass es militärisch besser ausgerüstet ist. Ich zeige euch das mal. Hier. Wie kann ich helfen? Hier haben wir, äh, wo kommt denn die Dame her? Sind das die Bahamas? Weiß ich gar nicht. Hier haben wir eine Kaserne. Hier haben wir eine Militärbasis. Hier haben wir das Vor. Hier haben wir, Moment, noch eine Militärbasis. Hier hinten haben wir einen Turm. Hier oben ist eine Militärbasis. Äh, eine Kaserne meine ich, sorry. Und hier ist auch nochmal eine. Also wer uns jetzt überfällt, der hat echt den Zonk, glaube ich. Hoffe ich doch. Und, äh, im Palast selbst, äh, sind die ausgebildet zum persönlichen Todeskommando. Das sind dann, weiß nicht, wie sind das die, die uns persönlich töten? Beim Aufstand oder so? Keine Ahnung. Ja. Ihr merkt schon, die Witze, die reißen es heute raus, ne? Also das ist, haben wir ja, da habe ich auch lange für geübt. Mh, ein Trockendock ist da. Das ist auch eine sehr schöne Sache. Die ist da so nebenbei, äh, noch mitgekommen. Wir haben übrigens das Jahr 1927. Ja. Das brachte jetzt den verstärkten Rumpf. Und hat den Vorteil, dass Handelsschiffe 50% mehr Exporte befördern. Und, dazu, es war nicht billig, ich glaube 20.000 oder so. Jede Hafenanlage stellt jetzt ein zusätzliches Handelsschiff zur Verfügung. So, dass wir dann quasi 12 haben. Ich kann das Trockendock nur empfehlen. Das ist echt Hammer. Also, in kürzester Zeit rentiert sich das dann schon, dass wir das investiert haben. Und, äh, macht sich auf, unmittelbar auf die Einnahmen bemerkbar. Ja. Hier seht ihr auch so ein bisschen, oh Gott, ich muss. So viel hier vorstellen, das ist, ja. Ähm. Daweil ist das hier, das ist alles so in drei Stunden entstanden, glaube ich. Das ging echt flott. Also, wenn man einmal weiß, wie es geht, äh, und die Sachen schon erlebt hat, dann geht das auch schneller, ne? Äh, hier seht ihr, habe ich hier so ein bisschen, ja, Doppelstraßen angelegt. Wird dann quasi so eine Art Highway, zumindest optisch. Ich weiß nicht, ob es dann auch so genutzt wird. Ähm. Wir haben jetzt hier mit, äh, diese Handelsstadt hier, Handels- und Hafenstadt, quasi so eine, äh, also unsere Hauptstadt ist quasi so eine Handels- und Hafenstadt. Das bleibt sie auch. Ähm. Hier haben wir so ein Industriegebiet. Das wird auch noch ausgebaut. Hier haben wir ein bisschen, äh, Landwirtschaft. Das bauen wir am besten so zwischen den Städten. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass wir irgendwo hier, vielleicht im Landesinneren, ein bisschen weiter höher, hier noch eine Stadt bauen. Und, äh, hier vielleicht auch noch eine, die ein bisschen höher liegt oder ein kleineres Dorf oder zwei, drei kleinere Dörfer dazwischen. Müssen wir mal gucken. Und hier vielleicht ein Flughafen irgendwann. Den gibt es ja dann auch mal. Moment, ich zeige euch das. Ja, den gibt es wirklich in, äh, Neuburiristan. Ne, Großburiristan, ich sage schon neu. Wo ist denn das? Eine U-Bahn-Station. Moment. Wirtschaft und Auslandsbeziehung. Bürogebäude. Das ist doch nicht Militär, oder? Raumfahrtprogramm. Gemeinwohl ist doch kein Flughafen. Ne. Tourismus. Hier haben wir es. Aerotrom. Flughafen. Da und dann Aerotrom. Also, wir müssen uns irgendwo, äh, Platz frei halten für den Flughafen. Und jetzt, äh, muss ich mal einen Schluck Kaffee trinken. Moment. Ah, schön. Der Mitternachtscafé. Ja. Und dann habe ich noch vor, also hier, so die Außenbezirke und hier auch so Industrien, die werden später mit so Wohnsilos vollgebaut. Wir bauen hier noch ein paar Highlights in die Hauptstadt. Und, äh, eine... Achso, ja, das hatte ich ganz vergessen. Oh mein Gott. Eine... Oh, wir haben Öl gefunden. Geil. Per Zufall. Können wir eine Ölquelle bauen? Moment. Muss ich jetzt erstmal was schauen? Tütütüt. Ach, erst im Kalten Krieg. Müssen wir uns merken. Öl macht uns bestimmt reich. Und eine Stadt, äh, werden wir so ein bisschen zum Tourismus, äh, Hotspot umbauen oder, äh, ausbauen. Also, ähm, ich will hier, wie gesagt, ein bisschen struktureller vorgehen. Nicht alles so auf einen Haufen pflastern. Hier an den Hängen ist auch schön viel Platz für ein bisschen was Nobleres, so Villengegenden und so. Am besten so in der Nähe von der Tourismusstadt. Das machen wir vielleicht hier hin, ne? Genau. Tourismusstadt kommt hier außen hin. Bisschen nobel wird es hier so an den, äh, an den Küsten. Und alles zentral erreichbar, bequem vom Flughafen. Ja, aber nach wie vor bleibt der Fokus natürlich hier auf unserer Hauptstadt, die ja, äh, inzwischen richtig am Wachsen ist. Wir gucken mal auf die Statistiken. Da seht ihr... Ah, wo sind die Einwohner? Na, hier. Die Geburtenrate liegt bei 18, die Einwanderung bei 23, Auswanderung bei 0, Todesfälle 8. Das heißt, wir haben einen fetten Bevölkerungszuwachs. Wir brauchen Wohnungen, Wohnungen, Wohnungen. Arbeitslos haben wir 11, Obdachlos 112. Ne? Und, ja. Das war erstmal so die Vorstellung von Neugroß-Voveristan. Ich hoffe, es gefällt euch. Und animiert euch dazu, noch intensiver zuzuschauen. Hab mich nämlich gefreut, das erste Feedback. Ist spitze, wenn man so ein Like kriegt oder einen Kommentar. Macht richtig Laune. Gut. Das erste, was wir heute machen, in dieser neuen, in dieser Premiere, in dieser neuen, äh, Premiere-Volke. Was für ein Blödsinn. Das ist übrigens hier ein Casino. Wir müssen irgendwie Strom in die Stadt kriegen. Das machen wir hier so, mit einem Verteiler, Stromverteiler. Wo ist das denn? Hier, Umspannwerk. Kostet 2000. Jetzt gucke ich mal, was hier abgedeckt ist. Das ist schon abgedeckt durch Strom. Äh, machen wir mal hier eins hin. Wieso ist das jetzt zum Abriss vorgemerkt? Ach, habe ich das jetzt irgendwo? Moment. Ach, scheiße. Was mache ich denn? Na, ich mache erst mal an hier. Shit. Jetzt baue ich da zwei hin. So, Bauabbrechen. Ah, ein bisschen Geld verschwenden. Das ist aber nicht schlimm. Wir haben es ja. Dass man immer fokussiert, dass hier so Strom hinkommt. Das ist ja irgendwo wichtig, auch fürs Wirtschaftswachstum. Und, oh, ihr seht, da kommen schon wieder Bürger an, ey. Ich weiß gar nicht mehr, wo die noch alle hin sollen. Wir müssen da dringend in den Kalten Krieg kommen. Dann können wir nämlich hier diese Apartmenthäuser bauen. Bisher nur die Mietskassern. Davon flastern wir jetzt noch eine hier hin. Böp, 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 böp. Moment. Ne, sie fällt mir noch nicht so richtig, wenn die hier ist. Das ist alles schon hier so. Also, ihr seht, ich baue auch ein bisschen schräger ganz gerne inzwischen. Also, das Gebäude mal schräg stehen. Dass Straßen mal nicht so gleichmäßig, so typisch amerikanisch gerade verlaufen. Das finde ich irgendwie nicht schön. Das ist nicht interessant. Dann lieber so. Okay, jetzt sinken erstmal die Einnahmen. Laufen haben wir aktuell so einen Konserven-Export und einen Rum-Export. Und Konserven-Export funktioniert nicht, weil wir wahrscheinlich keine Konservenfabrik haben. Wie ich uns kenne. Ja, das ist toll, was Juti macht vom Play. Du Held. Hab auch vor, mich bald als Wirtschaftsminister zu bewerben. Äh, bewerben. Zu bewerben. Bewerben tue ich mich natürlich immer gut. Aber nicht auf YouTube. So, was hier los? Hier gibt's keine Arbeiter, ne? Achso, ist ja gerade erst neu gebaut worden. Oh Gott, oh Gott. Wieso wollen die alle nicht arbeiten? Das ist, äh, sehr, sehr komisch. Man müsste sowas wie Zwangsarbeit einführen können. Guck mal, wir haben neun Arbeitslose. Was machen die denn alle? Sehr seltsam. Das mit der Diplomatie ist auch nicht ohne. Guck mal. Die Alliierten haben eine Beziehung von 84. Und die Achsemächte 53. Wir versuchen das möglichst gleich zu halten. Weil irgendeiner ist dann sauer und macht Krieg. Und, ähm, irgendeine Macht. Also wir sind ja im Zeitalter Weltkrieg. Irgendeine Macht verliert ja diesen Weltkrieg. Das heißt, ja, irgendeinen sind wir dann sowieso los. Herr Präsident, uns ist ein wissenschaftlicher Durchbruch geglückt. Oh, wie das glitzert. Was ich sagen wollte. Oh, wie das glitzert. Unsere Forschungen haben ergeben. Oh, wie das glitzert. Das, ach, vergessen Sie's. Ja, ich bin froh, dass ich hier mit Kopfhörern spiele, weil das könnte sonst falsch ankommen bei den Nachbarn. Dieses, ja, ich sag mal, diese freudige Erregung von unserem, ich weiß nicht, was das eigentlich ist. Das ist ein Superminister, eine Art Gabriel. Ja, äh, wir können jetzt eine Schmuckfabrik bauen. Das ist sehr schön. Aber, äh, wir bekommen die Leute ja kaum hier, also wir bekommen ja kaum... Arbeiter, Moment. Es scheint, als gingen die Kriege in Europa endlich zu Ende. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Alliierten die Achsenmächte besiegen. Am Ende des Tages müssen wir uns auf eine neue Weltordnung vorbereiten. Wir sollten Verträge mit beiden Seiten abschließen, um sicherzustellen, dass uns keiner für all die Geschehnisse die Schuld in die Schuhe schieben wird. Ja, uns garantiert, ne? So, Aufgabe, schließen Sie Verträge mit den Achsenmächten und den Alliierten ab. Wechseln Sie ins nächste Zeit, Alter. Oh, das ist doch geil. Guckt mal, ich stelle euch jetzt hier diese neue Welt vor und zack, in der ersten Premierenfolge haben wir schon wieder den Sprung in den Kalten Krieg und dann wird es richtig interessant. Also, das ist natürlich... Wow. Das wird geil. Schon wieder 25 Bürger, ey. Wir müssen doch Arbeiter en masse haben, ne? Das ist doch... Was ist denn jetzt hier? Bieten Sie den Achsenmächten an, einen Vertrag abzuschließen. Joa. Das Oberkommando der Achsenmächte war sehr unhöflich. Während ich mit Ihnen verhandeln wollte, haben Sie schon Ihre Taschen gepackt. Sie werden nur einen Vertrag mit uns abschließen, wenn wir Ihnen Unterkunft bieten. Ansonsten werden Sie die Insel annektieren und von vorne beginnen. Sie hatten erst an den Mond gedacht, doch das wurde zu teuer. Was werden wir tun? Sie aufnehmen, plus 30 Einwanderer, alle Auslandsbeziehungen sinken, im nächsten Zeitalter um 20 Punkte, auf Streitkräfte warten. Wir nehmen die mal auf. Wir sind ja eine tropische Diktatur. Da, es passt ganz gut. Es ist okay. So. Bieten Sie den Alliierten an, einen Vertrag mit Ihnen abzuschließen. Die Alliierten haben gewonnen und glauben nun, dass sie tun können, was sie wollen. Ach du Scheiße. Jetzt verschulden wir uns hier auch noch. Aber wir können uns gar keinen Krieg leisten. Ich weiß nicht, wie viel... Äh... Wir zahlen das jetzt. So, passt auf. Wir machen jetzt folgenden Trick. Wir haben jetzt hier Fettschulden. Wir nehmen mal Staatsanleihen auf. Und da sind die Schulden ein bisschen weniger. Zahlen wir zwar Zinsen. Aber okay, was soll's. Alliierten, ey. Macht euch auch nicht beliebt bei mir. Kalter Krieg. Die Ölindustrie ist verfügbar. Die Touristikbranche ist verfügbar. Erforschen errichten Sie, Raumfahrt und alles andere konnte ich nicht mehr lesen. Besten Dank, liebes Spiel. Und ihr seht, guckt mal, wie sich hier die Gebäude verändern. Riesenkräne. Tja, Leute. Ihr dachtet, nur diese Weltkriege, die wir gerade so überlebt haben, wären übel? Jetzt wartet möglicherweise eine nukleare Apokalypse auf euch. Mal halblang, Leute. Die mögen es den kalten Krieg nennen, aber nun, Krieg. Krieg bleibt immer Krieg. Krieg bleibt immer Krieg. Genau. Und mit diesen schönen Worten verabschiede ich mich heute mal aus der Folge, auch mit diesem schönen Ausblick auf unsere Stadt. Guck mal, wie geil das aussieht. Sieht schon aus wie eine richtige Großstadt, finde ich. Ah, ich finde es ist gut. Und wenn ihr es auch gut findet oder nicht so, schreibt es mir mal bitte in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Und Bauvorschläge werden natürlich auch immer gerne angenommen. Okay. Hat mich gefreut, euch ja, heute das neue Großbruch wie Christan vorstellen zu können. Bis dann, euer Herr von Play. Bis dann,